Wenn man bedenkt, dass in diesem Land so viele in Mülltonnen nach Essen suchen, dann kann man dieses verfickte Land nur hassen und verfluchen. Und wenn man bedenkt, dass in diesem Land die Politiker die Arme noch beleidigen, dann muss man die Ehre, die Würde, den Stolz verteidigen. Dann heißt es nicht mehr labern, dann heißt es Kampf ist Pflicht, dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück. Und wenn man bedenkt, dass in diesem Land so viele arbeitslos und arm sind, dann muss man sagen, dass in diesem verfickten Land so gut wie nichts mehr stimmt. Und wenn man bedenkt, dass in diesem Land das Kapital herrscht und regiert, dann ist es an der Zeit, dass endlich was passiert. Dann heißt es nicht mehr labern, dann heißt es Kampf ist Pflicht, dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück. Und wenn man bedenkt, dass in diesem Land das Menschsein nichts mehr zählt, dann heißt das, dass dieses verfickte Land in die falsche Richtung geht. Und wenn man bedenkt, dass in diesem Land der Mensch zur Marionette wird, dann heißt das, dass in diesem verfickten Land die Gerechtigkeit stirbt. Dann heißt es nicht mehr labern, dann heißt es Kampf ist Pflicht, dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück. Der Mensch soll nicht buckeln und Angst haben, dazu ist das Leben nicht gedacht. Doch in diesem ach so verfickten Land wird alles dafür gemacht. Hier wird geschlagen und gedreht, gerade auch den er schon am Boden liegt. Es ist an der Zeit, dass jeder bekommt, was er verdient. Jetzt heißt es nicht mehr labern, jetzt heißt es Kampf ist Pflicht, jetzt heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück. Jetzt heißt es nicht mehr labern, jetzt heißt es Kampf ist Pflicht, jetzt heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück.